Ich sehe den Gegner absolut auf Augenhöhe, die sind in den letzten paar Jahren sehr, sehr stabil geworden, haben richtig gute Ergebnisse geschafft bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gegen starke Gegner. Die haben sich gefestigt und machen einen guten Job, muss man sagen. Es wird schwer, wir haben auch starker, das kenne ich auch ganz gut, wir sind stark zu Hause und da muss man uns wirklich bestens vorbereiten.